Temeluch. Temeluch ist ein Engel. Temeluch wird auch genannt Wirtschafterin oder Entbinderin. Temeluch wird auch genannt Temlakos oder auch Telejakos. Temeluch ist eine Engelin, die Neugeborene und Kinder beschützt. Temeluch ist also ein Engel oder eine Engelin, die hilft, dass Kinder gut zur Welt kommen und dass die Schwangerschaft gut geht. Temeluch also auch eine Engelin für die Schwangerschaft. Temeluch hilft auch, die seelenabgetriebener und frühzeitig verstorbener Kinder ins Paradies zu begleiten.